In diesem Video zeige ich euch, wie ihr als DB-Mitarbeiter ein Ticket kauft. Hier drückt man hier auf Geschäftsreisen. Dann drückt man hier auf DB-Mitarbeiterangebote. Dann muss man hier seine Bahnausweisung eingeben. Dann kann man dieses Stück jetzt auswählen. Das hier ist zum Beispiel eine DB-Firma-Reiseangebote. Und auf dem was man hier mit einer B&R hat sich für Ausschweißen. Das hier ist zum Beispiel eine B&R. 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 Das hier ist zum Beispiel eine B&R.